Nun zu unserer ersten Kontrollstruktur, die bedingte Anweisung. Syntaktisch wird die bedingte Anweisung folgendermaßen gebildet. Jetzt kommt das Schlüsselwort IF und dann in runden Klammern eingeschlossen ein Buhlscher Ausdruck, also beispielsweise ein Testbefehl. Und dann kommt eine Anweisung. Diese Anweisung nennt man auch TRUE-Anweisung. Die bedingte Anweisung ist eine Anweisung, genauer gesagt eine sogenannte Auswahl-Anweisung und wir werden gleich noch eine weitere Auswahl-Anweisung kennenlernen. Eine Auswahl-Anweisung ist dann wiederum eine Anweisung, genauso wie ein Grundbefehl, ein Prozeduraufruf, die Block-Anweisung und die Lehranweisung. Soweit zur Syntax. Was hat diese bedingte Anweisung denn nun für eine Auswirkung?